Hallo und ganz herzlich willkommen zur Soforthelfer Community. Mein Name ist Maxine Schüffmann und ich bin die Moderatorin der digitalen Show für Selbstständige. Und mein Name ist Lina Bonder. Ich moderiere die Lunch & Learn Sessions. Soforthelfer ist die soziale Initiative von Kids Innova und es ist unsere Mission mit Lunch & Learn und der digitalen Show, dich beim Aus- und Aufbau deiner Selbstständigkeit als Solo-Unternehmer zu unterstützen. In unseren digitalen Formaten laden wir wöchentlich Hidden Champions ein, die zu verschiedenen spannenden Business-Themen neue Blickwinkel aufzeigen und uns neue Impulse geben. So kannst du von Gastexperten aus ganz Deutschland lernen, die für dich ehrenamtlich ihr Wissen zur Verfügung stellen. Zur Orientierung hier auf dem YouTube-Channel. Du siehst verschiedene Thumbnails. Die gelben stehen für die komplette Show. 90 Minuten pure Impulsvorträge zu ganz verschiedenen Themen. Und die Orangenen stehen für zum einen die Open Coachings mit Jochen, Linas Social Media 1x1 und natürlich auch die Experten-Session mit unseren Gastexperten. Die blauen Videos sind die Interview-Sessions aus der Show mit Maxine und unseren Gästen. Abonniere am besten den Kanal und verpasse keine weiteren Shows mehr. Schön, dass du hier bist. Viel Spaß mit den Inhalten der Soforthelfer-Community.